Laurent, Marquise de Gouvion, Serbcy, er war Marschall und Père von Frankreich, sowie Kriegs- und Marineminister von Frankreich. Biografie, die Anfänge Laurent Gouvion hatte eigentlich vor, Maler zu werden und verließ mit 18 Jahren sein Elternhaus, um in Rom zu studieren, was er mit wenig Erfolg tat. Zurück in Paris trat er am 1. September 1792 als Chasseur in das 1er Bataillon des Chasseurs de Paris ein und wurde im November, wie kurzfristig, in der Revolutionsarmee üblich, von seinen Kameraden zum Kapitän gewählt und dann zur Armee Durin versetzt. Um sich von seinen ebenfalls in der Armee dienenden Verwandten zu unterscheiden, hängte er damals Saint-Cyr an seinen Namen an. Als seine Terrain-Zeichnungen von General Castine gesehen wurden, kam er als Gehilfe zum Generalstab und wurde kurz darauf von den Volksrepräsentanten, die sich damals bei der Armee aufhielten, als Generalstabschef zum Generalverein kommandiert, wo er eine Operation zur Vertreibung der Feinde glänzend leitete. Unter General Horsche wurde er innerhalb von sieben Tagen General D. Brigade, dann General D. Division und drängte bei Mainz mit der 2. Division D. Preußen zurück. Unter General Mores Oberbefehl am 1. Juni 1796 kommandierte er den linken Flügel der Rhein- und Muselarmee. Hier trug er zum glücklichen Ausgang der Schlacht bei Biberach und der Schlacht bei Malspey. Durch das schnelle Vorrücken Gouvions wurde das linke Neckarufer erobert und konnte gegen Erzherzog Karl gehalten werden. Erst als die Armee des Ambrä-Mäuse mehrere Schlappen einstecken musste, musste auch die Rhein-Armee sich zurückziehen. Im Winter 1796-97 verteidigte er mit Desaix das verschanzte Lager bei Kehl. Als Moro in Ungnade fiel und Horsche das Kommando über beide Armeen übernahm, aber am 15. September 1797 starb, wurde Gouvion das Kommando vom Sterbenden übergeben. Nach dem Frieden von Campo Formio kämpfte Gouvion im Jura. Er hielt 1798 kurzfristig den Oberbefehl über die Armee in Rom und wurde anschließend zur Armee vor Mainz geschickt. 1799 rückte er unter Jordan in Schwaben ein, ein nicht sehr erfolgreicher Feldzug unter Napoleon. Am 25. Juni 1799 wurde er zur italienischen Armee kommandiert und führte Truppen, die kaum Soldkleidung und Proviant hatten, konnte aber dennoch nach der erfolgreichen Schlacht bei Albano, 15. Dezember in Genua einziehen. Napoleon ehrte ihn mit einem kostbaren Säbel, der ursprünglich für den türkischen Sultan bestimmt war. Anfang 1800 kam Gouvion wieder zur Rheinarmee unter Moreau, er konnte die Österreicher über Biberach zurückwerfen und wurde mehrfach verwundet. Er kurierte sich in Paris aus, wo er am 20. September Staatsrat im Kriegsausschuss wurde. Gesundet kam er 1801 nach Spanien und wurde, weil die Expedition nach Portugal unterblieb, dort gesandter vom 2. November bis in den August 1802. Anschließend Befehlshaber des französisch-italienischen Korps, welches Apollien zu besetzen hatte. Im Mai 1805 war er bei der Krönung in Mailand, leitete die Räumung des Königreichs Neapels und wurde massennah unterstellt. Er schloss sich der Armee an, die Josef Bonner Part nach Neapel führte, anschließend kommandierte er bis Ende 1806 in den Aputzen, übernahm danach das Lager von Bouloun und den Oberbefehl über das erste Reservekorps. Am 17. August 1808 wurde er Kommandeur des 7. Korps der spanischen Armee und operierte in Katalonien. Er eroberte die Festung der Stadt Roses, befreite den eingeschlossenen Du Hessemne aus Barcelona, schlug die Spanier unter General Karl Dagnes bei Molin Sterey und die Truppen unter Reding bei Igualada. Letzteren Truppen schlug er erneut am 25. Februar 1809 in der Schlacht von Walz. Darauf gelang es ihm, die spanischen Truppen bis über den Ebro zurückzutreiben. Im Mai begann er die Belagerung von Gerone. Als er von seiner überraschenden Ablösung durch Marschall Augero erfuhr, verblieb er wegen dessen Erkrankung noch drei Monate in seiner Position und verließ dann Katalonien. Der Kaiser war so darüber aufgebracht, dass Gouillon ohne Gehalt unter Hausarrest auf seinen Besitzungen gestellt wurde. Erst 1811 mit der Geburt des Königs von Rom wurde er wieder nach Paris berufen und erhielt sein rückständiges Gehalt und seinen Sitz im Staatsrat. Napoleons Ende im Russland-Feldzug von 1812 erhielt Gouillon das V.I. Korps bestehend aus französischen Truppen und dem bayerischen Kontingent. Am 7. August wurde es dem II. von Schalz Nikolaus Audinot unterstellt. Am 16. August wurden beide in der ersten Schlacht von Poluzk verwundet, wobei sich Audinot zurückzog und Gouillon am folgenden Tag den Russen nochmals eine Schlacht lieferte. Für sein tapferes Verhalten erhielt er den Marschallstab. Zwei Monate später unterlag er am 20. Oktober den gegnerischen Truppen des General Wittgenstein in der zweiten Schlacht von Poluzk, wurde dabei schwer verwundet und musste sich mit Lefebvre-Score vereinigen und zurückziehen. Im Befreiungskrieg von 1813 erhielt er, mittlerweile genesen, das 14. Korps und verteidigte am 17. Oktober Dresden gegen General Ostermann Tolstoi. Napoleons Hauptarmee unterlag derweil in der Völkerschlacht bei Leipzig. Saint-Cyr musste am 14. November eine ehrenvollen Kapitulation abschließen und Dresden verlassen. Seine Truppen wurden in Österreich interniert. Als er nach Frankreich zurückkehrte, war Ludwig XVIII. schon auf dem Thron und er auf der Liste der Pässe von Frankreich. Am 19. März 1815 erhielt er das Kommando über die bei Orleans zusammengezogene Armee, als aber Napoleon für die 100 Tage zurückkehrte, zog er sich auf seine Besitzungen zurück. In der Folgezeit hatte er zweimal das Kriegsministerium und einmal das Marineministerium inne. Aufgrund von Uneinigkeiten mit Kabinettsmitgliedern zog sich Gouvion 1819 in sein Privatleben zurück, wo er am 17. März 1830 starb, Ehrungen, sein Name ist am Triumphbogen in Paris in der 13. Spalte eingetragen. Gouvion Saint-Cyr war Colonne General des Kirassiers.